Hallo liebe Melonen, ich habe mir wieder Geld gehobt, habe ich von der Bank, wenn man verdient mit meinem Feld. Und deswegen werde ich jetzt ein Tag im Museum sein und dann gehe ich schon mal los. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Form gerade sehen werde, ich habe die so ausgeleert heute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, da ist gar nichts mehr da. Gar nichts. Da ist wirklich gar nichts da. Gar kein Fals. Die ganze Form hat sich gebaut und der hier wohnt hat gar nichts gemacht. Der hat einfach gecheat. Okay, brauche ich noch blauer. Roter, blauer. Oh, blauer, golder, blauer. Wie brauche ich denn da noch? Das ist mir um. Da bin ich im Museum, ja stimmt hier nicht, holen wir uns einen Kaffee oder so, wo schauen wir zuerst vorbei, schauen wir zuerst mal hier vorbei, gut, da sind wir jetzt hier, guck wie schön die alle sind, die hab ich alle gefangen, alles hier was hier ist, die hab ich gefangen, da wird ihr nun nicht dabei, hier sind auch die Bienen und da ist die hier, die schlägt sich immer so auf, Mittellinie sind auch da, hier ist er, gut, hier an den Bäumen, guck warum mit der Spinner runter oder so, ne, da wird ja eigentlich mit der Spinner runter kommen, aber die hab ich dann, die will mal wieder da, gut, ja, da sind die, okay, hier da ist aber nix dran, hier ist die, da sind die drin, ich hab die schon, also hier ist wirklich alles drin, was ich gefangen hab, oh, ich will die Arme heisen, aber ich krieg die nicht, wie kann man nochmal, keine Ahnung, keine Ahnung, hier, Schmetterlinge, gut, dann gehen wir wieder, da sind wir bei den Schmetterlingen, da ist auch sie, gut, na wie schon die Spinnerlinge sind, wo sind die Marienkäfer, Schnecke, Marienkäfer kommen, kommen zu mir, ey, ich hatte ja auch die Marienkäfer mal, äh, hast du dich da, ich hab mich gehört, gut, gehen wir weiter, das, dann war das wohl, in dem selten Abteil, wir sehen, was eigentlich immer an der Teile da ist, kann man die Kamera nicht nehmen, ja, warum sieht so komisch aus und so, dunkle Haut, okay, dann gehen wir zu den Fischen, da, das sind die Fische, ich war nämlich so, da war ich am Anfang, hab immer die Fische gefangen, die Fische sind so schön, da ist ein Piranha, Piranhas, und da sind so Pferdige, ich hab, da kommt ein Ball rein, oder so, weil es so riesig ist, aber, da kommen nur so kleine Minisachen rein, okay, gehen wir weiter, gut, ich hab auch Haie gefangen, ich hab Papa schon was gefangen, ja, ein Kugelfisch, oder? Ne, ein Ding, so ein Muschel, keine Ahnung, ich glaube ganz viele Tiere, hier ist der Mondfisch, Hi, da ist mein Hai, und der Babyhai, hier ist noch der kleine Babyhai, und auch ein Fischbaum, ja, hier sind die, die Quallen, und ja, da sind die hier, Krebse, Kraken, Muscheln, und alles mögliche, oh, da ist mein Rochen, Rochen, oder Rochen, das ist immer so cool, ich kann doch einfach da reinschauen, oder? Ne, ich kann schon da reinschauen, Aquarium, und das Aquarium, zack, gut, dann hier, sind Memo und Dori auch, dann war es auch mit der Frischabteilung, ja, war es schon leider, dann gehen wir zu den Toreen, weil, weil, einfach, bei den, halt, Gingen, die man halt einfach noch gar nichts hat, da sind die Fossile, da sind auch hier Fossile, die ich auch gefunden habe, alles wirklich, ja, hier sind noch nicht alles ganz fertig, ich bin ein bisschen fertig, also, ja, hier sind schon die neuesten Sachen, die neuesten Sachen sind auch fertig, ja, das alles sieht man da, gut, dann hier, auch, auch, ja, da ist auch ein Hirsch, oder so, kann man, einmal voll cool, wo pass ich hier eigentlich rein, die ist, ich glaube, ich pass hier rein, ne, zu groß, hier, hier, ja, Papier, wenn ich jetzt meine Mütze ausziehe, was passt hier dann, dann sehe ich, welches meint es, welches meint es, gut, äh, der Schwein vielleicht, der Schwein, der passt zu mir, cool, wo ist eigentlich auch gern, ne, so, ich bin auch gern, ne, so, gut, gehen wir, holen wir uns auch einen Kaffee, ich bin schon ganz Jetzt bin ich wieder am Anfang. Gehen wir mal die Treppe hoch. Da sind wir. Da oben, da ist der Kaffee. Hier sind die Kaffee. Hier ist das Tauben... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da sind wir. Das ist der Ding. Kann ich mich eigentlich hinsetzen? Das ist ja alles reserviert. Das ist ja alles reserviert. Willkommen zurück. Ich will jetzt einen Kaffee holen. Was kann ich für sie tun? Kaffee bitte. Ein Kaffee zu mitnehmen. Das mag dann 300. Ja, ich hole meinen Kaffee. Danke. Die ist immer so friedlich. So langsam. Das ist cool. Ich mag den. Und von die Hose zu... Sogar im Fischel tut man einfach in die Tasche stecken. Handy. Hallo. Schnee anbauen. Ich hab noch gar keinen gemacht. Wenn es nicht zu viel gibt. Weil es nicht zu viel Schnee gibt. Kann ich die Tasche eigentlich machen. Guck mal. Der Kaffee tauscht. 30. Guck mal, wie viele meine ich hab. Ich hab... 3... 27.340. 27.340. So viel meine hab ich. Cool, oder? Ja. Warte mal, hab ich denn schon Kaffee oder hab ich jetzt... So. Gut. Gehen wir. Hier. Ihr müsst die Kaffee auch austrinken. Warte. Ich trink schon mal nicht. Ich lass den. Hier. Nein. Ich will den trinken. Kann ich auch so. Ich glaub ich kann ihn hier drin nicht trinken. Da. Jetzt kann ich ihn mal auch trinken. Ja. Ausrüsten. So. Dann hier schon Kaffee. Kaffee macht gut. Warte schon beim Kaffee. Umlaufen. Stehen bleibt zu trinken. Einmal kann ich noch machen. Ja, gut. Das passt dann, glaub ich. Ja. Stehen wir noch mal vor. Ja. Stehen wir noch mal vor. Was ist hier hin? Ich hab ein bisschen Energie. Und... Also ich würde jetzt das Video beenden. Und deswegen... Tschüss. Tschüss. Türk-Tttt... Untertitelung des ZDF, 2020